Sie fragen ja auch nicht eine Mutter, die zwölf Kinder hat, welches ist ihr Lieblingskind. Also für mich ist es schwierig, da eine Antwort zu geben. Ich würde nur sagen, ich habe eine Sache, eine Sache bedauere ich. Und das sage ich immer, wenn ich eine Max Ernst Ausstellung mache. Seit langen Jahren, weltweit, ein Meisterwerk fehlt mir halt in der Ausstellung. Das ist Max Ernst selbst. Aber sonst, glaube ich, wäre es schwierig zu sagen, was hier wichtig ist, ein oder andere. Das ist wie ein großes Orchester. Wir brauchen diese Instrumente, die zusammenklingen und diese wunderbare Symphonie ergeben. Und ich hoffe, dass die in der herrlichen Fondation Bayerler natürlich von vielen gehört und gesehen wird. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind dafür gegeben. Die Zusammenarbeit mit dem Haus, mit Sam Keller und seinem Mitarbeitenden, war einfach großartig. Und wir haben auch alle Bilder bekommen, die wir haben wollten. Und das kann man nicht oft sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.